GS1 Switzerland ist der Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke. Mit unseren globalen GS1-Standards ermöglichen wir der Wirtschaft, ihre Waren, Informations- und Wertenflüsse effizient zu gestalten. Für die Planung und Durchführung von komplexen globalen Supply Chains braucht die Wirtschaft gut ausgebildete Kaderleute. Der neue Bachelorstudienlehrgang Digital Supply Chains stellt sicher, dass auf der Stufe Fachhochschule fundiertes Wissen erlangt werden kann. GS1 Switzerland unterstützt diesen Lehrgang nicht nur als Partner, sondern stellt auch sicher, dass das Wissen rund um die GS1-Standards an die Studierenden weitergeben kann. Wir wünschen viel Erfolg! Wir wünschen viel Erfolg! Glockenzeilen Untertitelung des ZDF, 2020